Hallo, wir sind heute in der Synagoge hier in der Oranienburger Straße. Bei mir ist die Rabbinerin Frau Ederberg. Herzlich willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Was macht die Synagoge hier? Was ist Ihre Aufgabe? Ich bin Rabbinerin hier in der Synagoge. Wir sind eine kleine, sehr lebendige Gemeinde mit vielen Kindern, vielen Jugendlichen. Wir machen hier im Haus Gottesdienste, Freitag und Samstag und zu den Feiertagen. Und darüber hinaus Beratungsarbeit, Programm mit den Jugendlichen, Religionsunterricht und noch vieles mehr. Wir machen ja gerade so eine Tour und besuchen sehr viele Gruppen zum Thema selbstbestimmtes Leben. Als jüdische Gemeinde hier oder auch als Rabbinerin, was heißt für Sie selbstbestimmtes Leben? Selbstbestimmtes Leben heißt für mich, dass Judentum sichtbar ist in der Stadt, sichtbar sein kann, ohne angegriffen zu werden. Dass wir, weil wir eine kleine Gemeinschaft sind, Unterstützung kriegen aus der Mehrheitsgesellschaft. Wenn zum Beispiel Antisemitismus vorkommt, dass man aufsteht und etwas dagegen sagt. Selbstbestimmt heißt für mich auch, dass wir mit anderen Gruppen, unserer muslimischen Partnergemeinde und anderen Partnern hier wunderbare Projekte entwickeln können. Wie eine Drei-Religionen-Kita, möglicherweise noch eine Drei-Religionen-Schule irgendwann. Und dass, so wie wir Buntheit innerhalb des Judentums uns wünschen, auch die Buntheit in der Stadt gewertschätzt wird. Das klingt ja toll. Und was würden Sie an die, jetzt komme ich als Partei oder auch als Politik bei Ihnen vorbei, was würden Sie für Wünsche an uns richten oder was sollten wir tun, damit wir das besser hinbekommen? Also ich finde das Projekt hier, zu kommen und zuzuhören, schon mal ganz wichtig. Ich denke, dass wir Räume in der Stadt brauchen, wo Leben möglich ist. Begegnungsorte, jüdisch, muslimisch, christlich, dass wir gemeinsame Projekte machen, dass man aufschreit, wenn Minderheiten diskriminiert werden. Antisemitismus passiert ja, ist aber meistens Teil einer größeren Situation, wo wir jüdischerseits dann auch gerne uns mit solidarisieren. Und dass die Politik diese Bedürfnisse und die Vielfalt wahrnimmt und mitgestalten hilft. Das versuchen wir. Herzlichen Dank, dass wir da sein durften und danke für den tollen Besuch. Viel Kraft noch. Schön, bis bald mal wieder.